Willkommen zu W.O.T. Quickie! Hallo und willkommen! Ich bin der W.O.T. Quickie! Willkommen zu W.O.T. Quickie! W.O.T. Quickie! W.O.T. Quickie! Und so! Auch nicht die E-Mail! Ich mag die nicht! Toll! Ich bin wieder der leichteste Panzer! Ganz unten bin ich! Ganz unten! Du bist wie so'n kleines dickes Kind, was ich unter nem Karton verstecke! Ja! Aber nur den- wo man nur den Kopf- das versteckt nur den Kopf, ne? Ja, ja! Das ist das T1, glaube ich! Weiter wieder mit T2ern unterwegs! Ja, die sind aber nur T3, die anderen! Ist kein T4, oder was? Wird schon! Ich fahr rechts rum! Ich glaub' ich auch, da ist die Stadt, gell? Ist ein bisschen mehr an hier mal! Ja! Ey, machen wir schon ein Tempomat an! Bei dem Spiel gibt's auch ein Tempomat mit R und F! Gibt drei Stufen, das seht ihr unten links! Drei Stufen kann ich ihn einstellen! Aber wir haben eine Lafette! Sogar dabei! Eine ganz komische! Und dann kann man einschalten, solange man dann nicht W oder S drückt! Bremst der Panzer auch nicht und fährt halt immer! Ganz ein bisschen untergehen von der Stufe her! Jetzt fahr' ich nur 30! Max fahr' ich auch nur 30! Weil anscheinend der Mutter nicht mehr schafft! Ja, wie er drüber jumped, ey! Bergab, Bergab! Da geht was! 40! 45! Ah, du hast noch immer noch einen leichten, gell? Wann kriegst du den mittleren? Bei den deutschen? Ja, 4 Stufe! Ja, 4 Stufe! T4 erst, oh Gott! Hab' doch schon mehr Kills geschafft gehabt als Pesl in seiner ganzen Karriere mit seinem Mittleren! Ja, Kills hab' ich ja gar keinen gemacht noch mit dem! Ach so! Ja, immerhin, trotzdem mehr als Pesl! Aber Schaden hab' ich gemacht! Ganz viel Schaden hab' ich gemacht! Ich liebe echt die Grafik von dem Spiel, die ist so hübsch! Irgendwie gemacht! Hat er jetzt irgendwie nix? Ich fahr's auch grad wie so'n Blöder da vorne! Oh! Längs! Neben uns! Können die flankieren, Alter! Oh, stimmt! Wollen wir? Ich mach' jetzt beim Gleis! Ach, da hatte ich was in Sicht! Oh, ich hab' ihn erwischt! Oh Gott! Was war denn so'n Schuss? Alter, war der Witter! Du scheinst, Bro! Der war echt Bitter! Ich hab' den kaum gesehen! Der hat sich auch noch bewegt! Aber ich hab' ihn nicht gekillt! Hat' zwei und vier Zöllchen gegeben! Ein! Ich hab' ihn verfehlt! Oh, der jagt mich, der jagt mich, der jagt mich! Ach du Scheiße! Irgendwas hat mich getroffen! Der hier, der hier! Oh fuck! Versteck mich! Habt ihr den? Oh Gott, ich fahr' hier die ganze Stadt kaputt! Da im Rückwärtsgang! Oh fuck! Jetzt hat er mich erwischt! War das der? Ah ne, von da hinten! In dem ganz kleinen Haus da hinten bei den Gegnern steht einer! Ah! Mich hat's erwischt! Ah shit! Mein Panzer macht's leider nicht mehr! Bis 11 Minuten rat' dich runter! Das ist ein Ultra-Quickie! Ich kann auch gleich die zweite außerdem! Jetzt vergesse ich welche ich schneiden muss, welche nicht! Ach so, okay! Aber wir können direkt am Stück aufnehmen, oder? Ja! Ah ne! Aber wir müssen mal Panzer wechseln! Ach so, stimmt! Ja gut! Hätt' ich auch noch ein bisschen zu! Kriegt die! Ja! Vielleicht gewinn' sie ja noch, unsere Kack-Naps! 164! Hatt' ich hier! Ah, die einen hab' ich echt so bitter erwischt! Das war eines gar nicht so mein coolstes Schuss gar nicht bis jetzt! Das ist doch so'n Lack-Shot! Jungs, ihr müsst vorfahren! Gegen da über! Rennen! Blitzkrieg! Blitzkrieg! Ja, stimmt! Du musst ab und zu schauen! Pesel da ist im TS! Dann darf der gleich mitzocken! Ja, das kann ich machen! Ja! Nein, er ist grad nicht da! Das ist ne faule Ratte! Ja, immer wenn's um Arbeiten geht, ist er natürlich nicht da! Ja! Ob wir uns dann zamscheißen, dass wir aufnehmen sind! Ja, genau! Ah, was macht ihr, Jungs? Dauert mir irgendwie zu lang! Naja, das macht keinen Sinn! Leben mehr! Okay! Bis zum nächsten Mal, Mädels! Bis zum nächsten Mal!